Hallo Leute, Takeo hier. Wir können uns durch den Patch der Kopf der Schlange noch zwei weitere Katzen für unsere Heimatinstanz verdienen. Für die erste Katze brauchen wir ein Blutsteingericht von Saimur Ochsenknochen. Diese NPC ist an den jeweiligen Wochentagen an unterschiedlichen Plätzen zu finden. Ein Link zu seiner Guild Wars 2 Wiki Seite findet ihr in der Videobeschreibung und dort stehen auch die jeweiligen Wegmarken für die unterschiedlichen Wochentage drin. Dabei verkauft Saimur Ochsenknochen auch an jedem Wochentag ein anderes Blutsteingericht und es ist sehr wichtig, dass ihr das richtige Gericht kauft, das heißt, dass ihr ihn am richtigen Wochentag besucht. Das wäre einmal am Mittwoch, also heute, wo ihr euch Blutsteingulasch kaufen könnt und dann einmal am Freitag, wo ihr euch Blutsteineiscreme kaufen könnt. Diese zwei Gerichte akzeptiert die Katze nämlich und sonst ist sie da etwas fehlerisch. Sucht also Saimur Ochsenknochen auf, da heute Mittwoch ist, steht ihr im Hain und man kann ihn leicht von der Wegmarke Ronan ausfinden. Kauft euch die Portion Blutsteingulasch und spielt dann die letzte Episode der vierten Staffel zu Ende. Im Prinzip so wie wir es schon für den geheimen Erfolg Wer zieht die Strippen gemacht haben. Für den Rest des Videos jetzt wieder eine kleine Spoilerwarnung, falls ihr noch nicht die letzte Episode von Der Kopf der Schlange gespielt habt. Wir am besten jetzt das Video stoppen. Okay, nachdem ihr in Kaudecos Anwesen angekommen seid, könnt ihr erstmal die Treppe nach oben laufen und dann in den rechten Bereich des Hauses kommen. Nehmt oben im Korridor die erste Tür zu eurer Linken und dann werden wir uns nämlich wieder in dem Raum mit den ganzen Katzen wiederfinden. Hier gibt es eine etwas dickere Blutsteinverrückte Katze, nämlich die Dame Glyciniaschnuringsen. Diese mag die vorhin erwähnten bestimmten Blutsteingerichte und darunter fällt zum Glück auch das Blutsteingulasch, welches wir vorhin gekauft haben. Das heißt, verfüttert es an sie und dann werdet ihr sie für eure Heimatinstanz überzeugt haben. Natürlich geht das Ganze auch mit dem Blutstein Eiscreme, aber dann müsst ihr das Ganze am Freitag machen. Um Katze Nummer 2 zu bekommen, brauchen wir einige Erdbeergeister. Kauft euch ca. 100 Stück, wenn ihr auf Nummer sicher gehen möchtet, für je zwei Kopfer im Handelsposten, also richtig günstig. Dann begehen wir uns in den nördlichen Bereich des Dorexsees zu den Erntekaskaden. Hier im Gebiet kann uns des Nachts eine Geisterkatze über den Weg laufen, dabei ist sie jedoch an unterschiedlichen Stellen in den Erntekaskaden zu finden. Solltet ihr einmal das Gebiet nach ihr durchsucht haben, empfehle ich euch ein anderes Mal wieder zu schauen und nicht zu viel Zeit mit der Suche zu verschwenden. Beim nächsten Mal habt ihr nämlich eventuell Glück und findet sie dann sofort auf Anhieb. Wichtig nochmal, die Geisterkatze erscheint nur in der Nacht. Habt ihr sie gefunden, dann müsst ihr jetzt aber selbst so lange eure Erdbeergeister essen, bis sie euch eine ätherische Aura ähnlich wie bei der Geisterkatze verleihen. Sprecht dann mit der Geisterkatze und verfüttert einen eurer Erdbeergeister an sie. Dadurch gewinnt ihr auch eine schöne Geisterkatze für eure Heimatinstanz. Und damit wären wir auch wieder fertig mit den neuen Katzen für die Heimatinstanz. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann Leute, macht's gut, ciao.